Die aktuelle Staffel von Die Bergretter endet dramatisch. Markus wird von einer Lawine verschüttet und kämpft ums nackte Überleben. Kann das Team ihn rechtzeitig retten? Im Abschluss von Die Bergretter entwickelt sich ein familiäres Drama beinahe zu einer lebensbedrohlichen Situation für Markus Kofler. Sein Leben hing bereits in der Balance, als er versuchte, die verunglückte Mona Münster zu retten. Zum Glück kam rechtzeitig Hilfe, und Markus musste lediglich einige Bemerkungen einstecken. Ziemliche Kamikaze-Aktion, unverbesserlich. Anders sieht es aus, als Corinna Steiner, die Frau, die an Monas Unfall schuld war, verschwunden ist. Trotz Lawinenwarnung bricht die Bergrettung auf, sie zu suchen. Unter widrigsten Bedingungen versucht Markus, sich und Corinna anzuseilen. Die Mission gelingt nur teilweise. Während Corinna vor dem Abgang der Lawine sicher am Heli hängt, hat Markus es nicht geschafft. Er wird von der Lawine verschüttet. Die Bergrettern. Rettung für Markus? Während Tobi sich schwerste Vorwürfe macht, Markus im Stich gelassen zu haben und genauso zu sein wie sein Vater, setzt der Rest des Teams alles daran, Markus innerhalb von 15 Minuten zu finden. Tatsächlich gelingt das. Doch Markus ist nicht bei Bewusstsein. Katharina versucht verzweifelt, ihn wieder zu beleben. Mit späte Reue endet die 15. Staffel Die Bergretter. Am 4. Januar 2024 übernimmt der Bergdoktor mit Hans Siegel, 54. Auch wenn es bislang noch keine offizielle Bestätigung gab, so ist es doch wahrscheinlich, dass Kofler und seine Bergretter auch 2024 wieder auf waghalsige Rettungsmissionen gehen. Die Quoten jedenfalls sprechen dafür. Die letzten Episoden holten Marktanteile um die 20%. Das Finale von Die Bergretter läuft am Donnerstag um 20.15 Uhr im ZDF und ist schon seit einer Woche vorab in der Mediathek. Die Bergretter und die Bergretter wird am Donnerstag um 20.15 Uhr im ZDF. Die Bergretter und die Bergretter wird am Donnerstag um 20.15 Uhr im ZDF.